machen wir das auch so ja für immer weiter wobei ich könnte ja eigentlich noch eins nach außen gehen gibt noch mal einen anderen kontrast rein ich das da gemacht gehen wir auch noch eins nach außen gibt halt immer so ein bisschen abhebung sieht sie ganz so schlicht komplett geradeaus brauche ich ein paar slabs ein paar stone slabs die brauche ich gar nicht so gucken habe ich dann in ecken irgendetwas gemacht ein bisschen abgucken so hinten habe ich da irgendwo was vergessen wenn ich da mal so hier zack brauche ich noch mal stein drepten ein paar trippen so 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 jawohl alles klar und dann denke ich dir eigentlich auch schon mal ziehen so da ist auch noch nicht hier zack zack so wollen wir mal ein paar treppen da so 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 oh oh so ach ja das war's okay kein inventarplatz doch hab ich ja so dann eins zwei drei vier vier fünf scheiß scheiß mückle alter ich das jetzt irgendwann mal erwische dann ist mir aber auch recht ne zwei drei vier fünf so 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 eins eins müsste ich hier so machen wow so machen ja eins zwei drei vier fünf eins zwei drei vier fünf eins zwei drei vier fünf eins drei vier fünf 1, 2, 3, 4, 5. Darüber. Aber jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. So wie der Holz drauf geht. 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 Was sieht denn das aus, um hier zwei Fenster rauszumachen? Jetzt wird er wieder schwer mit den Dinger, ne? Da muss man sich mal angucken, dann. So, einmal alles noch rum. So, so, so. Ja, wow. So, so. Ja, nehmen wir mal ganz zu. Okay. Dann einmal hier. So. 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 ich bin schon wieder im baumodus und wird schon wieder ruhiger das ist doch gar nicht hier hallo da kommen noch fensterblöcke rein das könnte auch gut werden wir machen es einfach in die andere richtung wir machen es einfach in die andere richtung muss nicht einfach mal so das ist ja scheißegal wow zeitgeklingelt geht jemand dran ich hoffe ich gerade nicht moment ich glaube ist jemand rangegangen ich bin ja nicht alleine hier raus wow alter ich ziel doch oben an die kante willst du mich verarschen digger ich weiß gleich dieses mikrofon hoffen ja ja All right, let's listen. Hier die ist schon wie die Mucke rum, Streamer-Mucke, Alter. Aua! Alter! So. Genau. Ja, wow. Moment. Hier kommt ja das... Mach mal das so. Nee. Moment, in der Treppe sieht das auch kacke aus. Moment. Mal ausprobieren. Ah ne, es geht. Ich hab gedacht, das sieht blöder aus. So. Dann ein Fockel, Fockel. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da, da. Da geht nicht. okay da war dann einmal so, ich bin da drüber, ne? ja äh, hau okay okay, dann lass das aus so hier natürlich wenn man da zwei Fenster links und rechts raus könnten wir eigentlich machen ah, dann müsste ich das aber nochmal da muss ich das hier nochmal raus machen ähm ich hab noch nicht genau wie ich na, dann ne, 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 ne ich hab keine Fackeln mehr, deswegen Ja, Treppen und so und Glas und Wolle. Friedrich. Ja, da habe ich das einfach so gemacht. Hier war das einfach eins drüber. Machen wir das auch so. Machen wir das da auch so. Wollen wir ein paar Treppen. Ich glaube, ein Stack liegt bei uns noch in diesem Lager oben. Und in der Scheune halt eben. Wow. Genau. Da war. Zack. Zack, nehm ich mal beides mit. Dann geh ich auch mal mit. Hä. Achso, da ist das andere. Äh, das ist Holzbräu wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, normales Eichenholz. Gucken wir das Decke mitnehmen noch. so, 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 ja. Okay, alt, Zäune und Scheiben. Kann ich dafür da lassen. Kann ich dafür da lassen. Ein Haufen Erde. Erstmal. Äh, Scheiben. Die werden nicht langen, aber ich kann sie schon mal mitnehmen. Dann lass ich dem die Tür da. so. Ah, ja. Vielen Dank.